Der neue BMW Alpina B7 Biturbo verfügt über modernste Fahrwerkstechnologien und bietet seinem Fahrer ein unerreicht breites Spektrum an Fahrerlebnissen. Die Zweiachs-Luftfederung inklusive Niveauregulierung kombiniert mit elektronisch verstellbaren Dämpfern sorgt für höchsten Komfort in jeder Fahrsituation. Zusätzlich reduziert die aktive Wangstabilisierung sämtliche Seitenneigungen der Karosserie in Kurven auf ein Minimum. Die mit lenkenden Hinterräder der Integral-Aktivlenkung verleihen dem neuen BMW Alpina B7 Biturbo eine üblicherweise nur Sportwagen vorbehaltene Agilität und sorgen jederzeit für direktes Handling. Im speziellen Alpina Sport Plus Modus werden alle Fahrwerkseinstellungen auf maximale Sportlichkeit eingestellt. Die Niveauregulierung senkt dabei den BMW Alpina B7 Biturbo für ein Höchstmaß an Dynamik und Fahrstabilität um 20 mm ab. Die Alpina Sport Abgasanlage aus Edelstahl verfügt über eine aktive Klappensteuerung und begeistert akustisch mit einem kraftvollen emotionalen Anklang erlebt ist. Alpina typisch? Die zwei Doppelendrohre der Abgasanlage sind elegant und formschön in die Heckschürze integriert. Der neue BMW Alpina B7 Biturbo exklusiv und einzigartig. Komfort, Sportlichkeit und Leistung auf einem neuen Niveau.